wir sind hier hundert 1000 tage leute ähm ja erste folge ich bin schon beim abholen und habe vergessen aufnahme und mein freund sein template lädt 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 ja wir spielen in der badrock edition wir haben keinen pc hinweis ja sorry nicht wundern warum wir so schlecht sprechen wir haben kein stimmbruch und die klasse nicht mehr leichten haben und ich will an werden kann stimmen es wird zeit für eine kleine tage und und Nenn uns aber eine sehr schöne Gelegenheit. Ich habe einen Apfel gesehen. Ja, du hast Apfel gesehen und ich? Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nur Holzsähe gesehen. Ja, ich habe einen Apfel gesehen. Ich habe immer wieder einen Apfel gesehen. Ich habe immer nur auf meinen Schafen. Mama hat es da gerade bei mir gemacht. Los geht's. Ich flage jetzt eine Biene. Ich habe eine Biene geschlagen. Oh nein. Oh nein. Ich rauskomme. Oh naa. Spür ihn. Ja, hau auf. Ich habe mit dem Hau auf. Ich guck aber, hauen wir eine Biene. Sie haben sogar schon zwei. Ich habe 2 in eine. Und wenn wir nicht unter Wasser gehen und dann? Hey! Wenn wir uns nicht verfolgen, dann um die unter Wasser. Und dann werden wir wieder nicht fliegen. ich habe eine kleine von schafel hatte ich muss mal essen und so auch von welchen ja das die dalle seinschwert du musst es mit zweimal jetzt habe ich 4 Wolle hier ist eine fette Mine ich baue mir den Sand ab wie viele Wolle hast du ich habe eine noch kein Schaf ok du hast ein Schwerst das reicht doch erstmal geh einfach nur töten töte so viele erwachsene Tiere keine Babys weil erstens will man nicht so viele Tiere töten und zweitens die Junkern gar nichts ich jucke eigentlich nicht ob ich die Tiere töte aber wir wollen nicht gegen Edgar sein Hinweis und dann würde ich die Katrin hier also Edgar würde ich schon gerne töten ne wenn du das tust töte ich dich den Kids wird nacht hast du schon ein nächstes Schaf ja ich habe 5 Wolle ok los nicht abhauen lass abhauen abhauen Mine ja Moment ich bin noch nicht da los wo ist der Crack & Table ok gib mir ähm das ist was ich krafte sind drei Öfen also was nun tu mal ein in den ein Fleisch reinnehmen der Werkbench in den Öfen oh ok dann kommt das vielleicht darüber packte ich mein Hühnchen und darüber das guckt ich hab ähm übrigens auch noch Leder vier Setzlinge und packte ok ok also das Hühnchen ist fertig hast du schon Hunger verloren? ähm vier Beifel dann ist es ein Hühnchen es ein Hühnchen ich hab noch null verloren deshalb schein ist er wieder voll? ach du hier kommt weil ich geh an dem Holz vielleicht oh warte wir haben gar nicht mal zugemacht ok Achtung nicht ich bin so gut ja warte noch hier fahren wir hier jetzt kannst du auch ein bisschen stein fahren wir müssen verschießen wir müssen verschließen ok 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 wir brauchen hier eine geradefläche und dann hier oben werden wir auch noch ein bisschen beseitigen ich bin ja ich habe jetzt ist meine petextra kaputt warum ist es irgendwie wieder tag kohle 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 Kannst du mir heute schon der Kahn bauen? Sollen wir eine Mini-Mob-Fahn bauen? Doch, die brauchen wir. Achtung, Niki. Hier werden jetzt Mobs runterfallen. Niki, Achtung, geh mal raus, geh mal raus. Die Mobs werden in der Nacht hier reinfallen. Manchmal auch Runa. Niki, Achtung. Das ist eine Noob-Mob-Fahn. Zumindest fallen da hoffentlich ein paar Monster drauf rein. Wie viel Essen habt ihr? Auf jeden Fall, wir sind nicht so einfach. Es ist Tag, oder? Hm. Niki, geh mal da runter. Niki, du musst einfach hier unten dich hinstellen und dann noch schlagen. Wenn du die Lüge davon benutzt. Niki, Jolly. Niki, ich mach ein bisschen ein wenig Glas von so einem... ...und dann ist Karten Tür. Hm? Ich krieg nur einen Glack. Ich will keine Probe verziehen, ich hab keine Rechte mehr. Ich hab immer noch Leute gesehen. Ich mach mal Sonny. Noch 100 Sonnen? Nein. Vielleicht, wenn ich da oben bin. Und so können sie gehen. Von dem Tag. Ich glaube, die sind in der Masse. Ich weiß ja, sie müssen von irgendwas eingeloggt werden. Aber, wie lassen wir das mal? Kann man Äpfel braten? Ey, dann würde das Bratapfel sein und ich würde mich so freuen, wenn wir dich jeden Tag nur noch braten. Es ist dunkel. Warte einfach. Hier werden wir dann immer so zwei drücken. Ich hab jetzt vier gekauft. So. 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 die wachst du kannst du auch dagegen laufen wenn sie werden die krass gewesen oder freundin die truhen unsichtbar und ich möchte euch anschauen geht dann jetzt nicht und es wäre sogar er kann leider nicht aufnehmen soll ich mal was hier unten flanken habe kupfer habe 1 ja das ist das noch mal ich hab mal einen oha das ist ja ein zombie hier hier Creeper dann weglaufen und weglaufen ja getötet so wie mit leder das wäre ich habe ich habe ich glaube wir sollten uns erstmal so manchmal brot und ich mache ich will noch ein bisschen essen damit wenig es war nicht etwa 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 feind es war ich habe jetzt nur holzkohle kannst du nicht warte gleich ich habe ja auch hier nein oder doch und das lieb